jetzt geht's los also im kreuzverfahren ja das heißt so schön sagt und darauf achten dass es schön gleichmäßig verstrichen ist beim ersten mal zieht es richtig weg also da muss man mehr wie einmal streichen ich habe ein tolles video gemacht mit lehmofen malen schaut euch diese videos an ich habe immer wieder wollen ein schönes projekt und teilt es mit euch damit ihr es noch